Hallo ihr Lieben, ich bin Peter Heinrich von easydav.de. Ich grüße euch heute von unserer Terrasse. Es ist ein sehr, sehr heißer Tag heute. Anlass dieses Videos ist eine E-Mail, die ich erhalten habe von einem unserer Gastfamilienmitglieder, von Tamara aus der Tschechischen Republik. Sie hat mir geschrieben, dass sie in der Tschechischen Republik einen Deutschkurs besucht, der ja auch sehr viel Spaß macht, aber er findet nur einmal pro Woche statt. Und sie hat auch gar nicht viel Zeit, regelmäßig in einen Kurs zu gehen. Und deswegen hat sie online nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um ihr Deutsch zu verbessern. Und dabei ist sie auf unser Online-Gastfamilienprojekt gestoßen. Sie ist total begeistert, weil sie bei uns die alltägliche Sprache lernen kann. Vielleicht kennst du das Problem, dann bist du bei uns genau richtig. Und falls du selbst Deutsch unterrichtest, kannst du unsere Videos natürlich auch in deinem Unterricht einsetzen und hast wirklich authentische Konversationsanlässe zu allen möglichen Themen rund um die deutsche Kultur und um das deutsche Familienleben. Wir haben mittlerweile mehr als 120 Videos online. Du kannst uns über mehrere Jahre hinweg mittlerweile in unserem Familienleben begleiten, auf Ausflügen und so weiter. Zu jedem Video bekommst du ein Arbeitsblatt mit Lösungen. Du bekommst Vokabular, du bekommst die Tonspur als MP3-Datei, damit du unterwegs lernen kannst. Komm einfach vorbei auf www.deutsche-gastfamilie.de Informier dich ausführlich. Ich bin sicher, dass auch für dein Budget ein sehr, sehr guter Plan dabei ist. Tschüss, das war Peter von EasyDAV.de